Moin Moin! Du möchtest deine Daten von deinem alten Android auf dein neues iPhone übertragen? Wir zeigen dir, wie du Schritt für Schritt deine Daten von Android auf iOS übertragen kannst. Zunächst bereitest du den Umzug vor. Prüfe als erstes, ob die SIM-Karte auch das passende Format fürs iPhone hat. Falls nicht, bestellst du bei deinem Mobilfunkanbieter eine neue SIM-Karte. Alternativ kannst du auch das eSIM-Profil benutzen, das seit dem iPhone 11 zur Standardausstattung gehört. Bevor du mit dem Datentransfer beginnst, ist ein Backup auf dem Computer oder im Cloud-Speicher ratsam. Check noch, ob das iPhone genügend Speicherplatz für alle Dateien hat. Nutzt du in deinem alten Android-Handy neben dem internen Speicher eine Speicherkarte, könnte die Datenmenge zu viel fürs iPhone werden. In dem Fall solltest du deinen Speicher ausmisten und dich von Inhalten trennen, die du nicht mehr brauchst. So begrenzt du die Datenmenge, die aufs iPhone umzieht, auf das Nötigste. Denke auch daran, deine Abos aus dem Google Play Store zu kündigen, denn diese kannst du auf deinem iPhone nicht nutzen. Sollen die Lesezeichen aus dem Chrome-Browser ebenfalls umziehen, solltest du die aktuelle Version herunterladen. Anschließend kannst du die App auf iOS übertragen auf dein Android-Smartphone installieren. Hast du beide Geräte an den Strom angeschlossen und über WLAN verbunden, dann bist du bereit für den Datenumzug. Folgende Dateien können über die App auf das iPhone übertragen werden. Deine Kontakte, dein SMS-Nachrichtenverlauf, Kamerafotos und Videos, interne Fotoalben, deine Dateien und Ordner, die Einstellung für Bedienungshilfen, Anzeigeeinstellungen, deine Web-Lesezeichen, E-Mail-Accounts, dein Kalender und kostenlose Apps, die in beiden App-Stores verfügbar sind. Wie kommen nun die Daten vom Android-Handy aufs iPhone? Du startest die Einrichtung des iPhones und folgst den Schritten, bis du die Option von Android übertragen erreichst. Nun startest du auf deinem Android-Gerät die App auf iOS übertragen. Dann tippst du auf dein iPhone auf Fortfahren. Es erscheint ein Code, den du bei deinem Android-Smartphone eingibst. Hast du dies getan, gehst du beim Android-Handy auf Verbinden und wählst die Daten aus, die umziehen sollen. Dazu gehört auch der Chatverlauf von WhatsApp. Tippe auf Weiter und der Datentransfer startet. Trenne beide Geräte erst, wenn auch das iPhone anzeigt, dass die Übertragung abgeschlossen ist. Nach Beenden des Datentransfers gehst du bei deinem Android-Smartphone auf Fertig. Beim iPhone willst du Fortfahren, um die Einrichtung abzuschließen. Am Ende der Einrichtung lädt das iPhone die Apps herunter, die du bereits auf dem Android-Handy genutzt hast. Vorausgesetzt, sie sind ebenfalls im App-Store von Apple verfügbar. Beachte, dass einige Daten durch die App auf iOS übertragen nicht auf dein iPhone umziehen können. Musik, E-Books und PDFs musst du manuell übertragen. Spielstände, die über Google Play Games gespeichert wurden, gehen verloren. Weitere Infos zum Umzug von Android zu iOS findest du auf unserem Logitell Blog.